Rrrrrrrr Hmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhm Zwei Stunden, drei! Und... Dieses Mal Löw vom Gerät eben, verzeih ich dir gerade mal... Wo sind wir stehen geblieben? Ah, Mister Big Cock! Wir müssen diesen, diesen, diesen komischen Hund Ab außen... Den haben wir jetzt an der Leine Ups, falsch genommen... Den müssen wir jetzt... Nee, hier müssen wir jetzt gar nichts machen. Wir müssen einfach durch. Unten durch das Schloch. Und dann müssen wir viel, viel, viel schwimmen. Was ziemlich, ziemlich scheiße ist. Aber naja. Ah nee, das müssen wir erst danach machen. Ach, ich bin schon wieder viel zu blöd. So. Jetzt müssen wir erstmal die Katzen den Safe aufmachen. So schaut's aus. Scheiße. Das geht noch nicht auf, ne? Nee, noch nicht. Ich weiß, ich hab keine Ahnung, ob das wirklich schneller ist, wenn ich springe und dabei fliege. Das wollte ich auch mal fragen. Ich muss doch fast nur Zeit messen. Ich hab fast das Gefühl, es geht schneller. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Das Skrull-Person wieder. Wie geht's dir? Ich sehe ein Brüttisch-Frienden, nicht seine Vettel heute. Ja, ich bin ein bisschen für das. Ich brauche die Kombination. Danke. Oh, nein, nein, nein. Nein, du hast nicht zu verstehen. Ja, du hast nicht zu verstehen. Wir können nicht überlegen, klassisch-Frienden-Informationen wie das nur für jemanden geben. Wir werden die Safe öffnen, nicht wahr, Frau? Geht die Weg? Ach, ja. Wo ist das? Am liebsten muss ich es ja fressen lassen. Die Katzen? Ja. Ah, weg. Die Mulden nicht. Das ist ein Vorteil hier vom... ...Springen. So. Jetzt, Frau. Da ist er. Oh, oh, schau. Ich habe ein Puh-Puh für dich. Ja, ich habe ihn gesagt. Ja, ich habe ihn gesagt. Das ist ein schlechtes Tempere, nicht? Oh! Ja. Wo waren wir? Ah, lass uns mal sehen. Ja. Geht es. Ablaufen. Oh, mein Gott. Das hätte ich niemals ohne diese Katzartschrift. Ja, das... Da wäre ich jetzt auch nie wieder drauf gekommen. Jetzt will ich immer wieder viel schwimmen. Ich hasse viel schwimmen in dem Spiel. Hallo, ähm, hallo, Money, Money! Wie in der Hölle bist du? Du bist mein Boss! Ich bin raus! Ich spüren mit den Fischen! Oh, das Gegner wird weniger und weniger im Moment. Da, 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 da! Ach Gott, das waren das noch mal. Oh Gott, das weiß ich vielleicht gar nicht mehr. Open, glaube ich. Open, open, open. Wenn wir das falsch haben... Oh, scheiße, das tut. Genau. Ah, du, steht es ja sogar. Wenn wir das falsch hätten... Dann ist es schlecht. Da würde so ein komisches Fiff kommen ins Puffen. Oh, wie... Ja, das ist perfekt. Ja, so eine Stelle ist halt immer das natürlich nicht einfach. Da ist eine andere Stelle in dem Spiel genauso schlimm. Weil da geht es auch darum, dass man nur zielen kann. Das ist dann nicht so einfach. Ich glaube, da hole ich meinen Joy-Party. Was war das hier noch? Ach ja, genau. Na genau. Das ist so, glaube ich, ein kleines, wenn auch einfaches Labyrinth. Und ich hoffe, das schaffe ich jetzt auch an den Hebel. Und wie gesagt, ich mag sowas nicht mit wenig Luft durch die Gegend schwimmen. Hä? Siehst du gleich mal. So, wo bleibt es? Komm, dann nichts Nettes. Ich glaube, es ist schon wieder weg. Ja, es ist schon wieder weg. Hä? Hä? Ja, ich glaube, ich gehe erst mal hier rein. Zu der Luft. Weil es schwimmt jetzt hoffentlich bei uns vorbei. Dann kommen wir gleich. Ah, fast so spannend wie ein Wiescher, oder? Ja, total. So, lass mich da runter. Da ist Luft. Geht's hier auch gerade ein bisschen raus. Ja, wird's doch schon ganz blau. Ja, blau wird er jetzt runter. Sehr schön. So. Wir müssen nämlich... Da rüber? Ich glaube, wir müssen da. Da rüber? Da ist ein böse Fisch. Ich weiß. Ich glaube, wir müssen da rüber. Ich frag mich, wann der Kaffee-Engel mit dem Kaffee fertig ist. Der Kaffee-Engel, was der Kaffee-Engel? Ja. Ah, die Frau. Ah, Luft. Luft! Lass mich zu... Oh, ich kippe gleich. Ich ein Schwein. Ah, gut, gut. Ich frag mich auch, was die Lampe soll. Eigentlich braucht man die überhaupt nicht. Geht so null... Willst du das B jetzt benutzen? Ah, ja. Ja, ich bin nichts Kaffee. Jetzt drauf und wir füllen runter. Genau, ich muss jetzt nicht da durch. Ich hoffe, das ist richtig. Wir müssen jetzt durch den Grün und durch Blausen mehr einmal durch, ne? Scheint das richtig zu sein oder scheint das falsch zu sein? Luft ist jedenfalls gut. Ich glaub, es war richtig. Genau, wo war denn das jetzt nochmal? So, ich glaub, ob es das Vieh hier... Ah, solche Schwimmszene find ich persönlich auch etwas langweilig jetzt, wenn man da zuschauen muss. Ich hoffe, das langweilt nicht zu viele Leute. Zumindest die Party-Zuschauer. Naja, das dauert ja nicht allzu lange. Was ist denn das jetzt? Ah, da hatte ich dran angestiegen. Ja, ich weiß auch schon. Wehe. Du hast eine wunderschöne Mauszeige an Conker-Schwanz. Ah, ich glaub, da muss ich gleich beenden mal. Und hoffen, dass die Aufnahme nicht kaputt geht. Kaputt gegangen ist. Dadurch. Ah, Halleluja. Fast war es zu spät. Ja. Kommt's doch schon. Flucht! Ich hoffe. Ja. Und dieses Loch schaff ich's noch rein. Mehr. So. Ja, der erste Part. Fast eine Schwimmerei. Bisschen langweilig, muss ich zugeben. Aber der zweite wird mir schon besser. Ja. Also freut euch! So. Hoch. Ende. Ich hoffe tatsächlich, die Aufnahme ist dann kaputt. Sehr ziemlich. Scheiße. So. Money, money, money. So. Ja.